Es hat uns doch sehr, sehr zerteilt. Germany, ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Germany. So, Germany. Und suchen, sortieren natürlich nach Playcount. Oder was machen wir hier? Nach Playcount. Ja, komm. Ist das Playcount? Das ist doch falsch, oder? Das ist auch hier gut 3000 Mal gespielt. Germany. Okay, Germany. Und wir nehmen den alten, dicken, fetten Opa, der gerne mal, oh, Germany ist. Das sieht nach einem glorreichen Level aus. So, wir fallen runter, Germany. Okay, schwarz, rot, gold, BVB und Gasgeber. Und da ist Victory. Ich bin kurz davor vor Victory und hab's nicht geschafft. Ein glorreiches, wunderbares Level. Ich würde sagen, mindestens von 100 Stern verdient das genau null. Aber willst du machen, ne? So, zurück. Und das wurde am meisten gespielt. Ja, das sagt schon viel aus. So, Germany versus, was ist das denn hier? Germany Quiz. Okay. Das ist der Easy German Quiz. Germany 1945. Germany versus Holland. Germany, Germany, Germany Flags. Was haben wir denn alle hier noch? Äh, ich tue mal nach neuesten, sortiere mal schauen, was wir da so haben. Germany Quiz, Germany on LOL. Vom 26.04. Ja, das ist natürlich nicht ganz so gut, was ich gerade hier. Germany, äh, German, Germany Noobs, äh, Germany War Style versus Holland Rush. Das ist natürlich nicht das, was ich gesucht habe. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Deswegen wäre ich jetzt gleich mal hier, Germany Quiz. Was ist das denn für ein Quiz hier? Ich schau mal eben dieses Germany Quiz an, auch mit dem, mit dem Pogo Boy. Beziehungsweise, das ist nicht der Pogo Boy, ist dieser Boy. Don't go on the glass, bla bla bla, bla bla bla. Okay, okay, okay. Ja, also das weiß ich nicht. Ich denke mal, wir sind in Asien, oder? Asien ist gut. Asien ist echt gut. Oh, well done, danke schön. Ähm, Joachim Gauck, oder? Äh, ja. Ich glaube, ich dem Hitler, oder? Wollen wir Hitler nehmen? Äh, how many people live in Germany? Oh, das ist schwer, glaube ich. Ich glaube, das waren echt 81 Millionen schon. Haben wir schon über 80 Millionen? Ich glaube schon. Ja, okay, es stimmt. Okay, das war, das war schon hart, auf jeden Fall. No, you, äh, ja, ich bin ein wahren Deutscher! Obwohl ich ganz weit Englisch lese. Wom steht es da eigentlich in Deutsch? Guck mal, da spritzt etwas heraus. Egal. Das sind jetzt nicht so die berauschenden Level, die ich gesucht habe. Scheißegal, Germany weg. Und wir suchen einfach nach Today und Play Count. Today und Play Count ist, glaube ich, gut. So, Rope Swing. Okay, okay, wir sind komplett weg von Deutschland. Was ist das denn hier? Was ist das? Rope Swing. Wie geht das? Okay. Ich falle einfach wie so ein Stein da runter. Das war es, glaube ich, nicht. Okay, zurück. Exit to Menu. Das war nicht das, was ich brauchte. Äh, Vote Five. Okay, was ist das? Okay, Neon Harpoon Run. Dann nehme ich lieber den alten, welch gesagt, wieder. Und wir geben mal Gas. Yay! Uh, der dreht sich ein bisschen. Jawohl, wir haben den Kopf verloren. Wo ist unser Kopf hin? Der ist irgendwie weg. Egal, nochmal spielen. Das sah lustig aus. Wir haben zu viel Gas gegeben, wa? Wir müssen zu viel Gas geben. Nicht so viel Gas. Nicht so viel Gas. Ähm, ja. Wir hätten doch ein bisschen mehr Gas geben sollen. So. Gas. Ja, nicht drehen am besten. Nicht drehen. Ja, ein bisschen Gas. Oh, verdammte Scheiße. Die ziehen uns ran. Die ziehen uns ran wie die Schlampen. So, weiter. Weiter. Drehen, drehen, drehen. Ja, ja, ja. Oh, das war zu schnell. Okay, das schaffen wir nicht. Wir sind zu doof dafür. Der alte, dicke Sack schafft es nicht. Minecraft Sword Throw. Sword Throw, Alter. So, da war ein Schwert. Da sitzt der alte Sack auf seinen Stuhl. Oh, das war Feldwurf number one. Ich kann das Schwert nicht mehr werfen. Okay, nochmal versuchen. Nochmal versuchen. Oh, jetzt haben wir uns natürlich selber getroffen. Das war nicht ganz so top. So, jetzt aber. Ja. Wir sind zu kacke. Leute, wir sind zu kacke. Wir nehmen auch zwei Schwerter. Warum? Oh, jetzt aber das zweite. Das zweite kann man nicht werfen. Das ist doch blöd gemacht. So, jetzt. Also, ich muss natürlich. Ja, na, endlich. Wunderbar. Wir haben den alten Sack auf den Stuhl weggeschlitzt. Sehr schön. Wir haben uns einen Victory auf jeden Fall verdient. Victory. Sword Throw Epic Two. Okay. Oh, das sind Kinder. Was ist denn hier los? Das sind schwarze Kinder. Obdachlose Penner. Anzug. Ich, äh, okay. Entschuldigung. Nein, die fallen alle runter. Ähm. Okay. Das war geplant. So, nochmal in die alte. So, ich will natürlich die Kinder auch mal. Wer will nicht gerne Kinder töten? Deswegen ab zu, zu den Kindern. Kinder? Oh, 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 oh. Entschuldigung, Kinder. Entschuldigung. Mama, mein Kopf ist weg. Gott. Oh, die explodieren da hinten einfach alle. Oh, ne Kalone kommt. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich hab mich grad selber mit anderen auf einmal getötet. Oder was? Lebe ich noch? Guck, wie ich da hänge. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie kann man sich bloß darüber freuen, wenn andere Menschen sterben? Ich weiß es nicht. Bang, bang, 18+. Okay. Was macht... Der verliert seine Füße beim Ficken. Alter, was geht mir... Jetzt aber. Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das allgemein für Level? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich bin... Ja, ich tag, was ich kann. Ja, wir haben unsere Beine verloren. Scheißegal, wir machen weiter. Oh ja, oh ja. Okay, zurück. Ja, what's the hell? Glaube ich auch. What the hell? Ja. Can you survive? Okay. Was stand da? Survive oder survive? Keine Ahnung, was da stand. Auf jeden Fall. Ich versuch's doch mal. Good luck. Okay, 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 okay. Oh, 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 oh. Okay, das ist schwieriger als gedacht. Wir müssen irgendwie unseren Kopf schützen. Wir haben auch einen Helm. Warum geht das nicht? Ja, gute Taktik, Lars. Gute Taktik. Jawohl, habt ihr die Taktik gesehen? Gar kein Problem. Was ist das für ein Victory? Das Tod ist Victory. Wunderbar. Oh, ein Problem hat der Lars es geschafft. Diese Rolle war geplant. So, Escape schon wieder. Oh, nein. Ich kann mit dem Pogomatch nicht umgehen. So, Gas geben. Fuck. Ja. Überlebe. Überlebe. Mach den Wurm. Mach den Wurm da rein. Okay, das Level ist zu schwer für mich. Danke euch lieber auch für... Äh, Swords Row, äh, hart. Okay. Das ist bestimmt sehr hart. Okay, das ist Noob. Das ist easy kill me to win pro Noob hart. Was macht die denn da? Äh, äh. Ich ficke schon mal vorher irgendwas. Ich kann gar nicht werfen. Aber man muss hinter... Ich, äh, ich krieg die... Drei-Fach-Kill. Alter, was geht mit der ab? Alter, was macht die da? Macht so komische Handbewegung. Jetzt. Jetzt kriegst du's. Schlampe los. Hoch. Runter. Hoch. Und yes. Jawohl. Das war knapp. Jetzt kann ich's nicht mehr bewegen. Ich hab mich selbst getötet beim Wurf. Na toll, das will ich noch mal machen. Ich will diesen kleinen Jungen da töten. Wer will denn nicht gerne kleine Jungs töten? Also ich auf jeden Fall. So. Werfen. 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 Yes. Oh. Was macht ihr denn da? Jetzt hab ich nur Medium geschafft. Oben ist hart. Ich schaff's nicht mal die Dinge... ...zu werfen. Die nimmt das Ding nicht in der Hand. Die nimmt das Ding nicht in der Hand. Und reibt es die ganze Zeit. Ja komm, leck mich doch am Arsch. Die will nicht. Okay. Das wurde auch am meisten gespielt. Und try to win auch noch. Mal gucken, was wir hier so haben. Nehmen wir wieder den alten Opa hier. Den mag ich irgendwie ziemlich... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für den Scheiß? Wie soll ich denn... Was soll ich das denn machen? Ja toll. Voll die Verarschung. Das schafft doch niemand. Jeder. Das ist doch unmöglich. Bleib mit diesem Hubschrauber-Mensch. JSE. Okay. Das ist auch ziemlich gut gesch... Gut... Was ist das hier? Wenn sie... Wenn es doubles... Spikefall Steve... Jack, if you are playing this... I like... Pew... Jolo Bitches. Okay. Es hat uns doch sehr... Sehr zerteilt. Alter, wie unser Körper da hängt. Das ist natürlich ein Traum. Es ist echt ein Traum. So, was haben wir hier noch? Bottle Run. Das ist... Bottle Run ist immer ziemlich cool. Ich mach auch nochmal einen Bottle Run. Den schaffen wir auf jeden Fall. Wir sind auch hier so hier. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Kacke. So, wir müssen ein bisschen besser sein. So, ein bisschen dann hochziehen. Ja, easy, easy. Normal, normal. Ah, das war schon hart. Wir müssen natürlich ein Pro-Gamer sein. Und als gelernter Pro-Gamer in jedem Spiel muss ich es eben reißen. Ja, 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 ja. Oh, 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 victory. Wir haben nur unseren Arm verloren. Dann würde ich mal sagen, mit diesen wunderbaren Victory bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst einen Kommentar da, beziehungsweise einen Like wie auch immer. Ich bin der Lars und ich bedanke mich und sage Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt hat er ein Haufen Supernasser bei uns reingehauen und Tschüss. BINNNN!